Eine Anstalt Drei geistesgestörte Wirtschaftler Was für Kriminalinspektor Schei Wie ein persönlicher Albtraum mit einem zu jungen und zu motivierten Untergebenen Zu verrückten, wahnsinnigen und zu wenige Schnapppausen klingt Entpuppt sich alles Nichts anderes als das Verfolgen Sie die nervenaufreibenden Ermittlungen im Sanatorium Les Serisiers In Star-Besetzung Tabea Hauptmanns als Fräulein Dr. Agatha van Brandt Kim Nguyen in der Rolle der Patientin Gates Alexandra Ranner als Patientin Ikea Und Natalie Clementa in der Rolle der Patientin Mörter Reservieren Sie jetzt Natal 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 Vielen Dank.